Hallo Hombres! Mer moge ma volle ma bla ispanol Nicht sehr sehr guto Como estas? So Ich habe jetzt Levi-Mod 3 Beziehungsweise so ein Levi-Mod 3 Forge League Sag ich jetzt mal Ich weiß nicht ob der selber programmiert ist Davon wie aufwendig ist Ist ETC glaube ich Um ehrlich zu sein Nie im Leben Dass das ganze selber programmiert ist Und eigentlich Find ich sowas auch nicht so Also eigentlich mach ich sowas auch nicht so gerne Aber dadurch dass die einfach Oh meine Fresse Dadurch dass die da einfach ziemlich Ja Ich möchte jetzt nicht sagen lahmarschig Weil das stimmt wahrscheinlich nicht Aber dadurch dass Kilo schon im März angekündigt hat Dass die Levi-Mod 3 bald rauskommen wird Ist lahmarschig tatsächlich sogar einigermaßen passend Wenn ich so drüber nachdenke Alter Faktisch gescheißsam Hudi Hudi Digga was hat der gerade für eine Mission So Danke Das war aber auch irgendwie ziemlich selten blöd von dem Ich meine ich bin ja stellenweise schlecht Aber ich bin nicht stellenweise scheiße Diesen Unterschied Und ich werde das übrigens wahrscheinlich bei den Ähm Sowohl bei den Levi-Mod-Settings ich gerade habe Als auch bei dieser einen Runde belassen Weil zum Einfakt mich dieser Typ ab Und das ist sehr negativ für meinen Blutdruck Ja Das ist wirklich sehr sehr negativ für meinen Blutdruck Ähm Habt er kein Problem damit eigentlich aber Trotzdem habe ich nicht gerne Blutdruck Und trotzdem erst ich gerne noch tritt Ähm Und zum anderen produziere ich gerade halt schlicht und ergreifend vor Zählt das eigentlich als First Rush? Weil ich meine ich habe ihn ja beim ersten Versuch direkt bekommen Ich baue mich jetzt mal flach Könnte ein riesiger Fehler sein aber egal Ja, das ist die Sache Er baut sich nicht flach Fuck, hey, fuck Achso, ich habe Optifine C Ich habe mich schon gewundert Weil Optifine installiert hatte ich durchaus Ähm Und übrigens Wenn Label Mod 3 endlich mal raus ist Weil darauf fieber ich schon seit Ein paar Wochen Schon Also Label Kilo hat das ganze Jahr vor einem Monat angekündigt Wenn Label Mod 3 dann endlich mal raus ist Ähm Abfahrt Naja Wie dem Sal Bei 10 Minuten Runde kann ich was draus schneiden Vielleicht lasse ich auch die letzte Runde weg Weil die war echt ziemlich schön anzugucken Naja, bis dahin Ich hoffe wir sind uns beim nächsten Video wieder Ciao